Meditationsadventskalender Man hat irgendwann mal wissenschaftlich nachweisen können, dass dieser Prozess ca. 30 Sekunden bis 3 Minuten dauert. Und was ich Sie jetzt einfach mal bitten möchte, ist genau diese Gedanken zu zählen. Das heißt, jedes Mal, wenn Ihnen ein Gedanke kommt, dann sagen Sie, er ist da, 1, dann warten Sie, bis er verschwindet und warten auf den nächsten Gedanken, 2 und so weiter. Und wenn Sie mögen, können Sie ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, auf wie viele Gedanken Sie gekommen sind. Allerdings ist es so, es geht hier nicht um, wer hat die meisten oder wer hat die wenigsten, sondern es geht einfach nur darum, mal bewusst wahrzunehmen, wie viele Gedanken man so in 10 Minuten überhaupt haben kann. Und genau das wollen wir jetzt zusammen praktizieren. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!